so leute jetzt fährt voller dreilandsplay nein erstmal muss man das installieren und vorhin ist irgendwas lustiges passiert und zwar sagte das spiel dass ich es angeblich schon installiert hätte hat auch einen grund aber wessen grund tja das bleibt geheim leute das bleibt geheim wollt ihr es erfahren abonniert mich kommentiert und blablabla aber es ist nicht wirklich ein großes geheimnis es ist verdammt laut ok geht doch jetzt wird's installiert juhu ja ja ich akzeptiere es deiner mutter installieren ja world secure leute früher dachte ich das hier ja ist ein beamer ich dachte das ist früher ein beamer weil da so licht raus guckt so oder in wirklichkeit ist das nur eingegangen aber ich dachte das ist ein beamer leute sieht das nicht auf den ersten blick wie ein beamer aus ist so oder ja das wird das lange dauern deswegen werde ich ja einfach mal katten und was andere spielen und ihr wird nicht dabei sein hahaha tschüss so leute die installation ist fertig bestimmt schon lange aber ja ich hoffe das spiel startet jetzt mit fraps wenn nicht dann ist das jetzt schade gut ich habe noch eine disk 2 aber da sind glaube ich die addons drauf und die addons werden wir spielen wenn wir follow 3 gespielt haben ja okay ja ich möchte follow 3 jetzt starten aber ich muss jetzt noch mal kurz was nebenbei sagen und zwar wird die musik von follow 3 nicht gestartet was ich war wirklich 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 schade finde weil da wirklich sehr schöne musik doch im hintergrund läuft aber sieht leider gamer geschützt und ja kack gamer ist leider so ja okay ich muss die musik dann am anfang halt raus schneiden und ja tschüss oder bis gleich ich werde hier dann noch mal die aufnahme und schneide das dann alles noch mal zusammen tschüss ja leute ich muss euch jetzt hier erstmal was sagen und zwar geht das spiel nicht auf die auflösung 16 durch 9 also 16 zu 9 das geht halt einfach nicht und ja ich weiß das nicht wie das in der aufnahme aussehen wird ich hoffe das sieht trotzdem gut für euch aus weil ja und die musik werde ich auch zurück also weg hatten müssten die darf ich euch nicht zeigen und ja tut mir leid youtube und gamer haben halt es so bestürzt nur uns ja ich versuche aber die auflösung immerhin trotzdem noch demnächst verändern ja 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 um woche alt die Soundqualität ist so der Hammer geil Junge ho 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 follow drei Junge Hammer Krieg Krieg bleibt immer gleich seit Anbeginn der Menschheit als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten wird Blut vergossen im Namen Gottes der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn im Jahre 2077 nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten die Welt stürzt in ein Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung aber es war nicht wie einige prophezeit hatten das Ende der Welt vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte der Mensch hatte die Welt zwar zerstört doch Krieg Krieg bleibt immer gleich Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen den Wards gefunden hatten doch als sie wieder nach oben kamen wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen alle außer die in Vault 101 denn an diesem schicksalsschweren Tag als Feuer vom Himmel regnete fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss um sich nie wieder zu öffnen hier wurdest du geboren hier wirst du sterben denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen tja mal sehen bist du ein Junge oder ein Mädchen ich bin eine Pussy nein ich bin ein Junge ähm diese Quali sieht so komisch aus naja machen wir mal weiter ein Junge ein Junge wir haben einen Sohn Catherine einen wunderschönen gesunden Jungen oh oh James wir haben es geschafft ein Sohn unser wunderschöner Sohn und jetzt du hast eine tolle Zukunft vor dir mein Sohn da bin ich mir sicher na wen haben wir denn da hallo ich bin dein Papa kleiner Mann Papa du brauchst noch einen Namen nicht wahr deine Mutter und ich haben uns unterhalten was hältst du davon ja jetzt geben wir den Namen ein ich gebe meinen Rude Life Namen ein äh und zwar Dennis ups so das ist ein schöner Name meinst du nicht passt perfekt zu dir anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen mal sehen wie du aussiehst wenn du erwachsen bist ja ähm ich werde das aussehen so einfach lassen vielleicht die Haare anders machen aber sonst wir werden sowieso nur einen Helm tragen und ja ja es sind meine Haare eigentlich glaube ich passt das ne wüst passt schon das Gesicht naja ja ja das Haar machen wir denkst du wüst kann so bleiben ups ja kann alles so bleiben gefällt ihnen ihre Figur ja ich glaube das der Sound ist so laut den werde ich aber gleich leise stellen ok du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein siehst du das Catherine oh sehr sehr stramm da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen wie steht's mit dir was für ein Mensch wirst du werden sie hat einen Herzstillstand Herzmassage beginnen das Baby muss hier raus schnell schnell 1001 1002 los doch ein Moment Catherine ein Moment du und ich ein Jahr später denn hier wenn sie meine Erweilung der Welt entfüllt auf Schäden nach uns fahrerlich das tut es schrauben weh mit etwas Dekoration und ein paar Stammzeugen wird das ein Zuhause Komm hierher mein Sohn Komm schon Komm zu Papa Baby Schütte hier drüben oh wie süß Du schaffst es. Ich möchte hier spielen. Auf den Stuhl springen. Du schaffst es. Hier drüben. Komm. Yo, Papa. Mit dir selbst beschäftigen. Mit sich selbst beschäftigen. Voll süß. Oh. Aktivieren. Du bist ein Special. Special. Warte mal. Eins muss ich aber einstellen. So. Ich glaube, es ist ein bisschen zu leise, oder? So, ist gut. Du bist ein Special. Strenge. Steht für Stärke. Ich bin so stark. Ich kann mein Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir rumschleppen. P. Perception. Steht für Wahrnehmung. Zur Wahrnehmung gehört alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. Endurance. Steht für Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen. Ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. C. Achso. C. Steht für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Intelligenz. Steht für Intelligenz. Ja. Ach. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll. In Mathematik und mit Wissenschaftssachen. Aus. Lol. A. E. E. Steht für Beweglichkeit. Ich bin flink und geschickt und bewege mich ohne Lärm zu machen. L. Steht für... Steht ganz einfach für Glück. Mir passieren dauernd die dollsten Dinger. Die dollsten. Also, noch einmal. Ähm. Achso, ja. Hier ist ein A wegen... Man kann einen Xbox-Controller dran machen. So. Äh. Ich spiele aber mit der Tastatur und Maus. Deswegen. Ja. Also, wir werden auf jeden Fall strenger machen. Und... Intelligenz. Ja. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Knacken. Tür. Miau. Oh. Papa kommt. Zurück. Ah. Ah. Haha. Ja. 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 Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21 Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut. Komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Aber wir werden jetzt hier einen Cut machen. Ähm. Und ja. In der nächsten Folge geht's einfach weiter. Tschüss. Tschüss. Schreibei. Somt an YouTube. Th Carson zu verlassen